Jaja, ja, ja So, wir kommen jetzt auch zum letzten Call of Duty Jaja, das wir noch nicht live gesehen haben Und ja, hier, ich zeige, ich habe hier auch eine Klare, der ist auch Gochefors hier zu sehen, gerade jetzt erstellt, Kurzverlaufnahme Und ja, natürlich, da habe ich daher noch keine Mitglieder, aber ja, wenn ihr beitreten wollt, könnt ihr ja gerne kommen, würde mich freuen das ist wirklich ein und, so... feasible e-mouches ne, ِ lokale Team der Hörendeständerung moms want die jetzt die Tauften 60 Euro lugar durch sei�지 je mehr warum um kommen neue Waffe ich sehe jetzt nicht so real Nürnberg und Stammenglern das erste Match Nice und zwar mit der Repo Team Deathmatch Macht euch in die Arbeitszeit hatten Mote, Ja, gleich mal Natürlich Kommt dann, geh ich um die Ecke und kill mich mal Ja, f*** dich, hör dich da gerade meine Blender nach vorwärts Ach so, ich hab ja auch noch ein bisschen Kommt dann, hör dich! Ich bin freundlich, aber wenigstens mal und 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 Wachter und er hat der Fuglosser mit dem los weiter und ich sehe den Weg wenn wir uns scheiß mehr nicht aus verbündete satcom aktiv kommt der arsch von hinten verbündete heint im Einflug ah ja woobies great verbündete heint im Einflug Camp India das war natürlich noch noch ja ja auch hier wollen nicht zu gehen sehr gerne die nach dem Oberfluss der Abschluss des Zweiten wieder Abschluss des Zweiten da war es sicherlich nicht erst noch nichts weiter wenn ich ihn geteilt aber aus so kommt 1.000 Punkte für irgendwas. Fuck, ich hab den nicht gesehen. Nein. Wir gewinnen diesen Kampf! Nein. Feindliche Oracle, Vorsicht! Oh, nein. Keiner. Kommt wieder gleich? Von hinten oder nicht? SADCOM Verbindung aktiv! Na, wo sind denn jetzt die Gegner fallen? 3 3 3 eigentlich ist das es kann gesichtet die Aufklärung nicht der Abschluss des Zweiten zweit die Dauer nicht aufgepasst sein ja ja und unternehmen wir haben immer nur ich habe immer den zweiten und den ersten Kills sonst immer die anderen waren zu stark aber weil das ist für den die wollen zwei Berliner ein 2 mal erst die groß wenn ich vorhin sie 4.5 Meter oder tiefer und überleben sie aber es sollte ja den Schaft um wir haben die größte nun laufen an die Bösten Neues wo die ganzen so müsste man den Laden kaufen Kau okay Vakil zu wollen es sehr viele Frauen Schnee habe ich selbst freigeschaltet, alle anderen nicht festlich, nämlich zur Zeit. Und da die ganzen Visiere und der fuck. Ja, ich habe nämlich gerade vor ein Update runtergeladen. Das hatte fast 300 MB. Da war das Ganze dabei. Und ja, wieder mit, das wird nie mit an der Beppe. Team Deathmatch. Meiner Lieblings-Waffe in diesem Spiel. Ich hab den Weg zur Bekommen. um wer zu schön um aber wenn er nicht geht ja feindliche Schachtkomm gesichtet nice war sogar noch geht fettig geht äh, so ist die Rutschen eigentlich verarschen Kämpfer bei diesem Ding der ja ungeschützte Feinde ah wo fick dich alter Dreischussbetrieb oder wie ja, Dreischuss feindliche Schachtkomm gesichtet fettig ich hab grad auch jemanden gesehen nein nicht schon wieder fettig alter weg das muss derzeit Achtung, feindliche Vorräte! Ja, da könnte der Team sein, da. Egal. Feindliches Schatzkomm gesichtet! Ha, Alter, warum haben wir denn ne One-Shots-Waffel sollen der Schleiß? Der nicht Sproder oder wie? Ich werde doch nie 15 Mal drauf befassen. Das zieht gefährlich aus. Und das hat mich getroffen! Oh nein, das ist der Scheiß! Trinitierakete, die zwei Pläne auffeuern und dann selbst unterstützt. Ah, ja. Komm, Leif, keine Gegner, die mal killen könnten. Außer den ersten. Weg vom Rauch. Entschuldigung! Nein, ich hatte! Fassig, das ist die Ehe. Du hast die Angst. Verweilen. Guck gut. Wo war da gerade der Sniper? Alter, der kiehlt ja alle, natürlich. Feindlicher Oracle, Vorsicht! SATCOM-Verbindung aktiv! Ah, Handickel, schließt der schon wieder. Ja, natürlich, siehliche SATCOM-Aktiv! Sonst noch Wünsche. Wie knapp. Äh, ja, nice. Feindlicher SATCOM gesichtet! Kommen wir jetzt alle hoch, oder nicht? Ja, schießt du auf die Scheiß-Ball! Vielleicht. Dein Ernst jetzt! Scheiß-Blender und dann noch in der Schrogerie! Oder was war das? Ja, ja, ich war wieder mal last kill! Natürlich! Da auch sollen! 411! Miserabel! Der beste Runde hier, der sieben Kills! Dein Ernst! Ah, zusätzliche Primärausrüstung! Wo hab ich bitte... RIPPER? Alter! Sturm, den... Sturm, den Sturm, den war auch noch neues! Ah, den Maverick, den hab ich schon mal getestet! ... L嘆, die Handböcker, um den Schaffenschützen genauer... All-In-Maria-Arts, weil ich den auch schon... Ah, die neue MP, die Repo, nicht zu, oder ausprobieren, statt der Repo... Ja, das weist dann sich von der Main, nicht weglaufen kann, denn das ist schneller, als nicht, als das ist fett, als ich, und... meist nur und hätte sich mehr aus auf uns als nicht wenn man den Rundern eingebauten Schalding macht euch in die Arbeit Soldaten! Ah, zwei Blender Kommen natürlich zu zweitens Und, wo ist die nächste? Wie so-called die meine Ist das nicht normal? Von hier eigentlich? Szent 6 Feindliches hat komm gesichtet! Ja, natürlich! In der Schrot rumrennen Wenigstens wurde ich gerecht Von hier Ja Das ist schön, mein das ist ja auch die Europen Abschussspotten würde damit nicht auf die Spiegel ja entgeilig gerade mit dabei gerannt Dominik in der Euro zu den Hauptschuss Serie und irgendwie ab bis zu zweit feind einhalten haben einen Maniac so wollte ich das sehen da war aber auch einer auch ich habe schon gesagt ich habe mal ernst wie schnell Schnell war ich bitte hin. Je fuck. Oh ja, gar nicht. Willkommen. Scheiß Maniac. Fick dich. Na. Schuss von hinten. Hier der Maniac. Ein Tag. Rendi der Scheiß, Maniac Kindermeer. Ich kenne mich nicht daran, aber ich wusste nicht mehr so, dass die Distanz hier. Da ist die Ripper, die gewähnt uns. Also tut das nicht schlecht. Ah, ok. Feindlicher Heintemann. Haha, da kommt sein Wolf daher. Verbündete Satcom aktiv. Aber natürlich. Fade. Achtung, feindliche Vorräte. War doch gar nicht, oder? Nein, ich kann nicht. Ah, feindliche Heintemann gesichtet. Feindlicher Heintemann. Feindlicher Heintemann. Ja, meine ich mir noch nicht. Also, okay. Okay, das ist unser Maniac. Der wurde immer noch nicht geht. ist wir wollen den Medien und wir haben mit Geld aber ich glaube ich will den Kampf eindeutig sogar herrndreißig das ist ja ein Jahrhundert und ich glaube ich fast nicht in Aufnahme also sie sind nicht mal näher zum Laptop damit das er hat es auch möglich ist sollte man ja auch hier hören hoff ich doch mal dass man mich jetzt also zumindest ansatzweise hört der Besserung im Team hat glaube ich 9 Hübschen richtig gesehen habe also müsste da allein drin gehabt haben und hätte niemanden als Manier gekillt äh ja das ist schon ein bisschen peinlich wenn das so gewesen wäre also hier ernehmlich und dort auf der Zwölf sowieso nicht die mit dem Rapper rein mit Maraziner weiter und Mündungsbremse um Mündungsbremse Ok, die erweitern Magazin kaufen wir erst nachher erweitern den Magazin erreichen, also Mündungslaufrechte mal für den Anfang um sie mal zu testen wieviel Schaden die macht die Europa mit Mündungsbremse N32 Schuss im Magazin, das sind wenige, aber hat er auch noch keine Erweiterung macht euch in die Arbeitssoldaten und wo ist das Geld Mündungsbremse fuck you echt man also auf die Entfernung reißt diese Waffe mal nichts nichts Althorn vollauter Blendor wenigstens gesehen Thomas gesehen, aber nicht den Gegner Alter, wie die fast kein Scham macht meine Waffe also die Ripple ist gehöre ich nicht zu meinem Fall ich habe nicht mehr noch die 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 Schlecht war ich gerade. Oh, Satcom! Das erste Mal! Verziehe ich doch gleich hier. Oh! Alter, da hätte das Wunder sein. Sie haben die Haltung zerstört! Haare! Es ging wieder knapp vorbei, es wird besser. Ja, schießt wieder, bevor ich überhaupt in die Ecke komme, oder wie? Wie sieht der mich, obwohl ich ihn noch gar nicht sehe, das kann so nicht sein, im Normalfall. Oh, Fade! Ja, ja, nicht heute. Ich schreibe mich, warum sind die so viele Leute unten? Fail! Warum kommt der gerade jetzt einer, wo ich am rushen bin? Dammit! Fade shimmer blue md. Schnellschusswaffe keineano TR. Aber die im Fern Feld reicht. Gott sei Dank die letzten drei Schüsse was ich da hatte gereicht um den zu kill sonst wäre ich jetzt drauf gegangen oh, Ferncamp vorleg dich hin ach so, er kommt von unten ich dachte, er schießt von draußen rein aber ich habe das zweite Mal die SATCOM oh, ja, du Hundsohn, während ich die SATCOM lege natürlich verbündete SATCOM aktiv wir verlieren diesen Kampf so, das war ein von meinem Team sonst noch Wünsche sonst noch Wünsche geiler Spawn geiler Spawn feindliches SATCOM gesichtet M27, wenn ich das termal oh, ja ja ich sehe auch immer und immer das ist ja nicht sicher auch geiler Sporen und sind die alle immer bei einem Sporen und gleich im Däckchen Gegner ist sie nicht nicht sehen auch sie ist aber wir haben verloren äh ja wieder nichts geworden auf dem Sieg auch wieder wenn die Rakete 9 14 dritter aus meinem Team da ja haben einige aus dem unteren Team der Käse nicht und nicht sein wenig sie mindestens vier verschiedene Mitglieder des generischen Teams ist und reißen als Schnellfeuer so die Lippa mit Mündungsbremse und Schnellfeuer das Wort Mösser hier die wo es den neuen Knall kommt jetzt auch mal nehmen und nicht zu meint Semptix habe ich schon später auch die anderen brauche ich nicht und das war ja war wir haben wollen nicht so aus das hier weil ich hier schnellere Sondertregeneration Plünder Blinderüberwacher Fingerfertigkeit Sondertregeneration Plünder Sondertregeneration Plünder Nr. Die Plätze und Städte über Köln Köln Wäldlein wieso vielleicht bei mir immer mal die Kampfer und werden jetzt den zu sehen auch nicht auf dieser Metis soll ich auf der Metapier mit dem Maschinenpistole und umrennt die zum Hausdusten leiten alle raus manche aber jetzt mal sehen wie schnell mal Rippo und mit Züge Schnelles ist von dem er werde ich jetzt auch probieren die in der Klinik recht bisher dann wenigstens mal ein bisschen bisschen stärker mal sonst muss er eigentlich stark wie eine normale Waffe also Geil, das Bohr bereit gar meinen Boot mit sie schon schnell die die starke jahre und der schon wieder ist wirklich jetzt schon ein altes Haus Gucken wir mal Hey, da ist nur einer aus meinem Team Nichts das Leiden Ich bin nicht da Jaja, ja Ja, da bin ich wieder gebrochen Mal das Nachladen abbrechen, weil ich mich zu killen wohl noch gar nicht da war Schon mal das auch immer Nein Nein Nicht schon wieder Feindliche Stadtkomm gesichtet Natürlich, kommen die ja mindestens zu dritt angerannt Alter Alter Ein Ernst Feindliche Heint im Anflug Ok, warum ziele ich eigentlich so eine Waffe Ich brauche noch in der Nähe Ich denke in den Nose gott Das ist mein Jahr hundertmal schneller So ist er? Dann sagt er bitte finde Auch die Ripper, Alter Die OP wird bitte seine Meine geht nicht so nicht aber der und hoffen die rückwärts scheint auch umgehen gegen die jungen und die richtigen Sachen sich die Nutzbremse und die Märchen haben er hat ich will sie nicht unbedingt das OP bezeichnen er ist geil wenn sich das irgendwann mal trifft hallo ist ein Teil der Aufendung mit der Republik nebenan die Welt der Europäer also anlieblich natürlich natürlich und die Leiter auf dem Weg und ein Radar nicht gerne wissen wie er gesehen hat und warum er nicht schlafen gesichtet schießt auch warum schießt seine schneller als meine wir verlieren diesen Garten mal Alter haben die Verfickten immer noch Radar da oben ich bin dann mindestens da auch mal klar und keine Ohren kommen den Bau Tor schnell und warum verreckt denn nicht bei meiner Repo auch vorne und unten der Zeit die Eilers vor mit Vorher aus von der Eimer vor allem mit der Rippo man entgehalten feindliche Schatz kann gesichtet da war ein Spengsatz so ähm haben wir gewonnen das darf nicht noch einmal passieren sonst hätte ich vielleicht sogar ein Last Guild gehabt da, aber das ist so nicht oh ein Hund machte den Last Guild was? Alter ich war erster von meinem Team äh ja würde mal sagen das war's wieder mit Call of Duty und mit COD ja und sollen noch bis dann und auf Wiedersehen